Ach, da sind die beiden wieder. Wir gehen jetzt mal ganz kurz... Hier ist auch noch ordentlich was los, ne? Guck mal, hier geht's sogar um die Ecke, wie es aussieht. Und wo zur Hölle geht's hier lang? Ist abgeschlossen, naja. Ähm... Ihr solltet, jeder letzte einer von euch! Ich erwartet nicht, dass du einen Drow in hier sehen würdest. Die Bosslady sendte dich, um mich zu retten? Ja, sie sendte mich bereit, um dich aus hier rauszukommen. Schade, wir hatten eine göttliche Führung auf uns wirken sollen. Verstehe ich nicht, warum alle meine Würfe so schlecht sind, bis auf zwei. Und wir spielen seit einer halben Stunde. Es ist etwas, was dich ein bisschen schmerzt über dich. Wer ist diese Absolut? Die Absolut ist gold aus dem Meer, sie ist. Die Schmerz in der Sturm und der Sturm selbst. Wir brennen ihr name across the face of the world we are. Get fun! Oh hey, eine Priesterin, die gut heißt. Oh, Shadowheart möchte reden. Ich hab... Ich bin jetzt schon fast paranoid, ey. Maior! Fortior! In ein Goblin-Lager wollt ihr euch wagen, klingt gefährlich milde formuliert. Ihr habt recht, wir müssen Einspuren nachgehen, auch wenn es unangenehm ist, aber das heißt nicht, dass ich die da jetzt freilasse. Oder die Goblins am Leben. Vielleicht ist das Gutt-Kreatur noch etwas, das sinnvoll ist. Ein Skrull, ein Potion, ein Kranial-Extraktor. Genau mein Gedanke, ich wollte sie nicht unbedingt am Leben lassen, aber nicht auch sofort töten, aber zumindest hab ich auch daran gedacht, dass sie vielleicht wertvolle Sachen bei sich trägt. Ähm, irgendein Artefakt, dass Genesung wirken kann, oder eine Schriftrolle mit Genesung, ist ja auch nicht schlecht. Wer ist das denn? Hm. Er schlägt direkt nach dir, als ob du invisibel oder bürgerlich bist. Alles in Ordnung? Achso, dem Blick folgen. Du siehst nichts aus der Ordnung. Als er zurückkehrt, schlägt das Kind zwischen den Rücken. Uff! Ach, dann klappt's natürlich. Wenn wir mit Kindern spielen, würfel ich hoch. Kann er das öffnen? Ach, tatsächlich! Okay. Es lohnt sich doch sehr, mit allen NPCs zu reden. Red Bear! Fuck! Was zur Hölle? Hey, da ist ein kleiner... Hohohoho! Ah, das ist ja okay. Halt! Mein Zauber ist zu Ende. Wieso kann ich das nicht normal auf mich wirken? Geht das nur für eine bestimmte... Eigentlich kenne ich so ein Regelwerk nicht, dass das besagt. Aber gut. Gehen wir erstmal weiter. Ja, schau, wer hat zu besitzen? Meine Kinder sagen, du bist schon seitdem du hierher gekommen bist. Ich bin nicht sicher, warum du deinen Nose in unserem Geschäft hast. Ja. Je mehr man... Je mehr man... Je mehr man mir befehlt, mich rauszuhalten, desto größer wird mein Interesse. Wir haben das in common, Mann! Aber du bist hier nicht willkommen willkommen. Das ist unser Hintergrund. Aber hey! Vielleicht wirst du es nicht wissen. Weil das... Ich gebe dir einen 10-Kaunt, um zu gehen. Nein! Ihr macht Witze, oder? Nein! Egal, ihr bleibt hier. Die Gilde Verborgener Herrschaft von Baldors Tor. Das dürfen wir nicht lesen. Guck mal, hier kann man längs. Little slow on the uptake, aren't you? Ihr wollt mir nicht verraten, was ihr hier unten für eine Garnerei abzieht. We have nothing to talk about. I told you to leave. What happens next is your fault. Kinder laufen. Mhm. Ein versteckter Kinder. Wie wichtig ist das denn, dass das so versteckt bleibt? Auf jeden Fall kann man... Scheinbar hier hoch. Und dann da rüber. Aber was soll das bringen? Achso, da rüber. Und dann da hin? Dein Ernst? Ja, krass. Ja. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Ja. Zu hoch. Ja, und fliegen kann von uns noch niemand. Vielleicht ist das aber auch so eine Art Rückweg. Ja. Ich glaube mal spannend aus. Hier ist ein Durchgang. Hä? Die sind ja frech, ey. Wahnsinn. Die sind ja frech, ey. Ja. Na, whatever. So, gehen wir zu der Dreiden. Oh. 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 Ohne mich hätten euch die Goblins überrannt. Ich gehe wohl nicht voll. Hm. Einen Moment, Jill. Was? Du? Aber ein Wort der Warnung. Deine Warnung ist mal so richtig, richtig uninteressant. So, hoffentlich können wir da drin nochmal speichern kurz vor dem Dialog, damit wir einfach etwas weniger Ladezeiten haben. Das sieht tatsächlich ganz danach aus. Ein Kind. Ein Kind. Diebel in Gift. Was hat das Mädchen wirklich verbrochen? Diebel in Gift? Was hat das Mädchen wirklich verbrochen? Diebel in Gift? Du meinst Parasite? Sie beatet unsere Essen, trinkt unsere Wasser, dann stehlt unsere größte Eidele in Dank. Lass sie weg. Sie bleibt hier, bis das Recht zu Ende ist. Und bleib still, Devin. Teela ist restlos. Komm, Koga. Lass sie frei, ich sorge dafür, dass sie keinen Ärger macht. So, Daumen drücken. Mit 12. Wir haben eine 3 gewürfelt, immerhin. Das will ich mir nicht angucken, wie das kleine Ding stirbt. Aber ich finde es gut, dass sie es machen. Also ich finde es persönlich gut, dass Larian Studios das auch zeigen, dass diese Welt hier in T-Wid grausam ist. Aber, dass Druiden so grausam sind, das ist eigentlich eher selten. Das ist wirklich selten. Die müssen schon weit vom Weg abgekommen sein, um wirklich Grausamkeit zu zeigen. Druiden sind ja häufig eher neutral. Überzeugen. Wieder eine 3 gewürfelt. Eine 1 gewürfelt? Hm. Verstehe ich nicht. Ist das ein Bug? Na Gott sei Dank, ey. Sehr gut. Sie kann gehen. Breche deine Worte, und mein Serpente wird sie versorgen. Siphasif, Teela, zu mir! Aus, Tief! Meine Glück hat seine Grenzen. Danke, Korg. Master Halsin wird... Halsin ist nicht hier. Bleib seinen Namen aus deiner Tung. Lass Teela pierce ihn. Ohoho! Meine Fresse ist hier drauf. Diese Frau hat mehr Venom in ihrem Herzen, als eine Schnee in ihren Fangen. Aber zumindest ein Kind ist sicher. Was ist ein Kind, wenn nicht ein Zeit, um sich für seine Transgretungen zu vergeben zu werden? Ja, das sehe ich auch so. Es war monströs. Ein Kind so vorzuführen. Gut, dass wir eingeschritten sind. Ich kann nicht mehr agree. Die Frau war nicht innocent, aber das bedeutet nicht, dass sie schuldig war. Ein Däven Kind. Ein Kind, der versucht sich aus uns herauszufinden. Ein tiefes Elf. In unserer Groove auf diesem Tag. Ein Signor. Oder eher ein Gift. Wer wäre besser, zu verstehen, als ein liebter Kind von Lolth? Ähm. Ich weissle L.S.T. Nicht die Queen von Spiders. Um das mal ganz klar zu sagen. Aber scheinbar hat sich ein Joe in das Lager der Goblins eingeschlichen. So würde ich das jetzt zumindest erstmal interpretieren. Wahrscheinlich. Dann muss man über alles ein Talent für Selbstversorgung haben. Ein Viper bares ihre Fangen, die schützen ihre Brut. Ist es nicht ihre Natur, um gegen Invaders zu streichen? Nichts egal. Ich habe die Eidle von Sylvanas zurückgebracht und die Rechte hat gesündigt. Wir werden die Groove seilen. Frei von Schmerzen. Frei von Intrudern. Ähm. Zevlor meint, seine Leute werden auf der Straße sterben. Und meine sterben, wenn er bleibt. Du hast Grape Metal auf dem Garten gezeigt. Das Metal von einer gewählten Schwert. Ich will euch, eure Services zu Zevlor geben. Offert die Outlander aus der Groove. Ich bin sicher, dass sie dir gut beantworten werden. Sie werden bis zum Schluss gebeten. Wenn sie nicht sind, muss der Viper streichen. streichen. Du wirst mehr, als zu sprechen. Diese Geschichte endet nur einen Weg. Mit der Outlander rottet und der Groove immer schraubt. Ich würde einfach gerne gewusst, was das für ein Ritual ist. und außerdem ist Selun ähm eine gute Göttin. Die würde sowas niemals gutheißen. So ein Verhalten. Du hast gut gemacht, um die Frau zu sprechen. Diese Schnecke ist fehl. Eine Tragedie verhindert. Paga scheint gefährlich zu sein. Ich habe gehört, dass hier ein Ritual stattfindet. Eine, die wir uns in Eine, die sie auslösen. Blasphemous. Der Triefarter muss sehen, was passiert ist in seiner Heiligen Groove. Vielleicht sind seine Augen jetzt ein Master Holsson. Ja, genau. Wenn wir Holsson finden, wären viele Probleme gelöst. Würdest du? Ich würde nichts geben, um Holsson zu Hause zurück zu sehen. Das ist gut zu wissen. Gut zu wissen. Nettie. Wer ist Nettie? Ist das das Mädchen, das wir gerade befreit haben? Zu meiner Schande habe ich jetzt nicht auf ihren Namen geachtet. Ne, das ist noch jemand anderes. Verletzter. Ich speichere mal eben. Kann ich etwas tun, um zu helfen? Einen Moment. Das ist die Heilerin von dem... diese Auszubildende von dem Elfen. Ah. Das ist die Heilerin von dem... Was ist es? Ich suche Nettie erstmal. Du hast sie gefunden. Aber ich weiß noch nicht, was sie für dich tun kann. Okay, okay. Das wisst ihr etwas über Gedankenschinder. Oder... Ich sag's mal schonungslos, ich habe eine Larve im Kopf. Ein Tadpole. Ein Mindflayer-Tadpole. Ihr kennt die. Könnt ihr mir helfen? Ich... Ich mache was ich kann. Komm. Seid mich. Ich könnte mir helfen. Ich kann mich hier helfen. Ich kann mich hier. Hier. Das fuck? Ah, geheime Druidengänge. Ich weiß nicht, ob ich hier einfach so trauen kann, dass das eine Falle ist, weil sie auch so eine geistesgestörte ist. Don't worry about him on the table. I'm not in the habit of killing Drow. He attacked Master Halston and I in the woods, leading a pack of goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Ah, so. Seems so. Give Master Halston a right start. Es könnte von... Wenn wir den Tadpole jetzt verlieren, könnte es von Nachteil sein. Um Halston zu befreien. Aber egal. Zur Not. Ja. 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 Das sieht extrem schmerzhaft aus. Oder auch nicht. Sei vorsichtig. Deine Beine. Deine Beine werden wahrscheinlich erst ausgeben. Ja. Täuscht sie jetzt meinen Tod vor, dass die Larve denkt, falle ich jetzt ins Koma vielleicht? So könnte man eine Larve eigentlich... Es muss ein verflucht tiefes Koma sein. Hm. 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 Ich muss nicht schmerzen. Ich muss nicht schmerzen. Ich versuchte dich. Das muss nicht schwer sein. Ich kann dich nicht schmerzen. Wir alle. Gib mir das Gegengriff. Ich will nicht. Ich kann nicht. Hm. Überzeugen, die Larve schläft. Ich verwandle mich nicht. Hm. Warum kriegen wir denn so wenig nur? Aber gut. Gott sei Dank. Gleiches als der Drow. Aber Master Halston sagte, er wird bald wieder zurück. Also habe ich noch Zeit? Dann gibt es eine Chance. Uff. Aber... Wow. Wow. Wir haben... Wir haben schon eine 4. Und das ist trotzdem noch eine 8. Die Zwergin will mich echt tot sehen, Mann. Ich bin sorry. Es gibt nichts, was du sagen kannst, um meine Meinung zu ändern. Die Tür ist geschlossen. Was ist denn das für ein Gift? So, was ist denn das für ein Gift? Was ist denn das für ein Gift? Ähm. Könnte sie töten? Ne, nicht töten. Bewusstlos schlagen. Werfen. Spuren. Hilfe. Wie macht man denn hier? Taschendiebstahl. Warum? Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Krass. Ist das Weiberngift heftig. Ähm. 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 Fehlschlag. Das ist aber blöd. 100 EP. Holy shit. Kann ich noch irgendwas machen? Kann das hier höchstens aktivieren. Ah, ich hab keine mehr. Das kann auch sein. Was denn? So. Verderben. Ach ja, er hat ja diese Handschuhe an. Wow. Die hat vielleicht damage gemacht. Das hier ist eine Bonus-Action. Das heilen in der Warf. Ich frage mich, ob das jetzt schon reicht. Ähm. Oder ob man wirklich durchziehen muss, dass sie auf Null fällt mit bewusstlos schlagen. Ich kenn das eigentlich so, dass es reicht, wenn man ein bisschen bewusstlos schläft. geschlagen sozusagen. Auf den Gegner drauf hat. So, dass man nicht. Hör bitte auf dich zu wehren. Naja, aber das ist auch keine Lösung. Ähm. Ich möchte einmal diesen Zauber ausprobieren. Ouchi. Und dann laden. Mist. Die ist echt geistesgestört, die Alte. In einem Moment redet sie noch mit euch. Im nächsten bringt sie euch um. Hör echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Ehrlich. Zumal, wir kriegen die Tür glaube ich nicht auf, wenn das ein Druiden-Geheimgang ist. Gut, dass ich hier gespeichert habe. Ähm. Da gehen wir jetzt nicht rein. Wir suchen jetzt diesen Meister. Bzw. Einen Versuch würde ich jetzt noch unternehmen mit ihr zu reden. Sehr hier besessen gefühlt. Sehr hier besessen gefühlt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Jetzt dein Arm, bitte. Arm zurückziehen. Lieber doch nicht, es war ein Fehler. Lieber doch nicht, es war ein Fehler. Nicht zu zerstören mit ihm. Einschüchtern hätte... ...plus vier, plus drei, ich möchte einschüchtern. Will das eigentlich gar nicht Na dann schaffe ich natürlich das Wenn ich es nicht will Ich habe keine Symptome, ich habe Zeit Plus 7, plus 5, plus 2 Na ich mache mal plus 7 Oh, das könnte klappen Ich will die Chance haben Ein Heilmittel zu finden Äh, dankeschön Ich trinke die Scheiße freiwillig Wer will denn diese Verwandlung durchmachen Alter, bist du verrückt Ich hoffe, dass es nicht zu kommen ist, aber danke Hier, ich weiß, dass du noch nicht veränderst Und ich habe keine Idee, warum nicht Aber wir müssen sagen, dass es nur ein Thema Zeit Du musst verstehen, dass du in Gefahr Du musst findest, dass du in Gefahr Ja Du musst findest, dass du den Herr Halsen Ja 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 Gott Wissen Sie, wo er ist Ask die Adventurers Die sind diejenigen, die sich verabschieden Die sind diejenigen, die wissen, was wirklich passiert Okay All ich weiß, ist, dass sie zu dem alten Tempel Seluna Und er hat es nicht zurückgezogen Und er hat es nicht zurückgezogen Ah Der Drow war eine Gang von Goblinen. Nicht ein gemeinsames Pairing. Sie haben uns attackiert. Wir mussten uns selbst zu retten. Es ist nur, dass wir den Tadpult aus seiner Kopf aussehen sehen, dass Master Halsam realisiert, wie sehr Dinge waren. Gut, also es ist wirklich... Erinnere, was ich gesagt habe. Ja, ja. Erinnere, deine Verwandlung. Ja, pfff. Wer will denn diese Verwandlung? Mann, denk doch mal selber nach. Ehrlich, ey. Mir erscheint es, dass es tatsächlich so ist, dass jemand die Larven in seinem eigenen Kopf versucht, als Religion zu etablieren. Deswegen finden wir den Meister Halsam. Und vielleicht ist er ja zwischendurch auch mal ein bisschen aufgelevelt, sodass er in Zauber Genesung wirken kann. Und dann sind wir aus dem Schneider. Aber wir sollten jetzt weniger rasten. Besteht auch nicht unbedingt ein Grund zur Rast, weil wir sind eine Stufe aufgestiegen und haben auf magische Art und... Ne, haben wir nicht. Ah, siehst du, das Spiel hat sich doch an Regeln gehalten. Ich wollte schon gerade sagen, es hat uns die Zauberslots wiederhergestellt, aber hat es nicht. Die sind immer noch verbraucht. Und so gehört sich das auch, dass die dann weg sind. Die stellen sich nicht einfach wieder her. Oh, das Mädchen. Das gucken wir noch. Und dann beenden wir diese Aufnahmesession. Die werden fast gestorben. Das kenne ich. Ich hoffe, wir sehen uns unter besseren Umständen wieder. Das hätte böse enden können, behaltet die... Das hätte wirklich böse enden können. Oh, Kamera. Kamera, chill, chill, chill. Ich glaube auch. Die Druiden sind nicht über uns. Keiner macht. Ich werde niemals hören, das Ende von diesem. Wenn ich diese dumme Eidol habe, Ich werde ein Heldin sein. Ähm, was für einen Heldin wolltest du denn sein? Ein heroischer Thief. Mom? Dad? Mole? Sie hätten alle so beeinflusst. Mole sagte, wir mussten etwas tun. Weil die alten Leute nichts tun. Sie waren zu sprechen, wenn die Druiden bereit waren, um uns rauszuholen. Warum können wir nicht nur in den letzten Jahren Sie waren zufrieden. Ja, ich verstehe schon... Upsa. Ich verstehe schon ihre Ansicht, aber meine Fresse, die hätte einfach so draufgehen können. Ich bin nicht sicher, was du getan hast, um mal zu schlafen. Ich will nicht wissen. Geh zu gehen. Na ja. Na ja. Gut, gut. Also, wir können jetzt hier noch weiterquatschulieren, aber ich würde am liebsten einfach nur einen Händler finden. Schauen, was der so hat. Und anschließend den Druiden suchen. Das scheint unser bester Lied zu sein. Für eine Heilung. Exemplar. Und diese Tür hier, die finde ich auch hochinteressant. Würde mich gerne mal da drin umsehen, was sich dahinter verbirgt. Dafür müssen wir sie wahrscheinlich aufknacksen. Aber gut, das können wir ja alles im Gefängnis... Gefängnis. Nicht lesen und reden. Das können wir ja alles zu einem späteren Zeitpunkt machen, in der nächsten Episode. Kein Beweismaterial. Keine Ausrüstung. Schade. Ich hatte gehofft, wir finden... Finden irgendetwas... das uns helfen würde. Aber scheinbar werden die Goblins von den Dross kontrolliert. Unter Umständen ist hier irgendwo ein Zugang zum Underdark, wo die Love-Anhänger sind. Hier ist... Hier ist einfach mal nichts. Gut, hätten wir das auch geklärt. Soweit, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut, alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Und... Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.